die hallo liebe leute heute mal wieder eine weitere runde dota nach längerer zeit heute ein hartes match gegen bots da wir letztes mal gar nicht gestorben sind natürlich wieder mit lumida und wir haben uns auch beide schon einen helden ausgesucht ja wenn ich ihn dann finden würde so ich sollte jetzt wo ich fast dran bin kam ich auf die idee dass ich mir einfach eingeben kann ja ich auch so ich habe den schönen zweiköpfigen drachen hier ich weiß dass der bisschen flächenschaden austeilen kann und die gegner standen kann das ist so ein bisschen die hauptfähigkeit von ihm hauptsächlich einst dann und vier flächenschaden ich weiß nicht was deiner kann ja der hat auch flächenschaden auf jeden fall muss es mir aber gerade noch mal angucken ich hatte mir nur notiert dass ich ihn mag ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt ich bin wieder mit mit russischen leuten zusammen oder kann das sein könnte passiert sein ja ach so ja jetzt weiß ich worauf du hinaus muss ich habe jetzt erst in den chat geguckt ja gehen wir bot moment ich muss mal reinklicken ich weiß nicht mehr wie man das spielt muss ich ehrlich zugeben so jetzt muss ich gerade noch mal ganz kurz drüber lesen genau verkraben kann ich mich das ist schon ein weilchen her dass du hast du hast du hast nur vergessen aber ich habe ich hatte kein gold mehr das ist ja auch nicht gemacht ich muss wirklich dazu sagen es ist schon ein weilchen her dass du hast du hast du hast du hast nur vergessen aber ich habe ich hatte kein gold mehr dazu tun das ist so ein bisschen das problem ja ich kaufe ja nach wie vor die empfohlenen gegenstände entsprechend wollte ich wollte eigentlich erstmal dorthin wo diese ohne ist im wasser und jetzt spinnt meine maus lang genug geschrubbelt jetzt geht die maus wieder ja das ist so das ist ganze das system mit mit fernbedienungen am fernseher fester drücken ja weil ich eine funk maus hat und ich muss ganz dringend mal neue batterien kaufen ich habe nämlich keine mehr und jetzt jetzt ist halt so dass das problem dass bis dahin muss irgendwie diese batterie die ich habe noch funktionieren wieder an die langsamen attack animation gewinnen also die wenigsten haben da so einen vorlauf bis die attacke wirklich kommt und auch die projektile fliegen meistens ein bisschen schneller wir können auch mal eine runde lol zusammen zocken ach verdammt vielleicht von von na gut lol habe ich in etwa gleich viel ahnung wie zugute das gibt es glaube ich nicht viel das war vergraben das ist halt noch eine riesen reichweite so ja aber ich treffe es halt trotzdem nicht ja gleich mit erwischt er hat doch ordentlich gefressen wo ist das tode vielleicht nicht so viel rum spämmen glaube ich was alle auch so dass ich dann nicht weg gehen konnte nd Ja, das ist natürlich blöd. Wir haben dich geklickt wie eine Blöte, ne? Ich glaube, wir haben diesmal halt ein bisschen gemeinere Gegner. Also auch gemeinere Champions, meine ich damit. Ja, es ist ja jetzt auch hart. Ja, es ist ja nicht... Ja, und die hinein auf jeden Fall auch. Schweiner, geht weg. Ich komme mit dir schon zu Hilfe. Schweinerei! Dritten oder so. Geh weg! Sind es alle drei Leute unten oder was? Nein, den dritten denied, meine ich. Achso, oh. Ja, nee. Das mit dem denied kann ich auch noch nicht so richtig. Ja, ja, soviel zum denied. So, ähm, shop. Townshoulder scroll könnte ich vielleicht mal mitnehmen. Solltest du da jedenfalls nicht gerade einschlafen, bis wo die anderen kommen, ne? Soll ich mich mal mitnehmen. Soll ich mich mal ein Teil meinsaue, das ist wie ein Turm auf dir. Ja, ja. Ja, und ich wurde schon wieder, der hat irgendwas, wo er einen lahmlegt mit. Ich spür, es ist aber nicht so nett so. Ich lerne es aber auch nicht, ich hätte es ja von eben schon wissen können. Ja, mit dem Kurier, ne? Ähm. Wir haben wieder jemanden, der nicht mehr mitspielt. Wir haben wieder jemanden, der nicht mehr mitspielt. Der Secret Shop. Der ist ja nicht so nett. Warum fangen die denn immer Botgames an oder spielen wir nicht weiter? Ja. Also das ist schon... Keine Ahnung. Au, 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 au. Nicht gut. Nicht sterben. Ich hab schon genug Gegner gefeedet, jetzt musst du das nicht auch noch machen? Ja, jetzt sind sie aber grad voll auf mich losgegangen, die Jungs. Oh, rennen, rennen, rennen. Ich kann fliege. Ich fliege. Das ist sogar noch besser. Ähm. Verdammt, wir brauch' ich ja 900, oh Gott. Äh, hier. Kannst irgendwie zurückgehen. Ähm. Nein. Da. Ja. Kann ich hier auch normale Sachen kaufen? Nee, ne? Nein. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wie das mit dem Shopster an der Seite ist. Ich muss mal kurz nach Hause. Also nach Hause mit zum Shop. Mhm. Zum normalen. Ich hab' ich auch in Ordnung. Also ich kann hier unten leider nicht so viel ausrichten irgendwie. Hab' ich den Eindruck. Und halt unterm Turm kämpfen. Ich bin aufm Weg. Jawoll. Die Reichweite ist ganz schön groß von mir. Hab' ich so ausgesprochen. Also nicht nur von, von meinen Fähigkeiten, sondern auch von meinem. Ja. Ich hab' deinen auch schon mal gespielt. Ich find' den auch ziemlich cool. Gerade wegen dieser Reichweite, ne? Stirb! Stirb! Jawoll! Jawoll! Aber noch einen. Aber den auch noch? Den kriegen wir glaube ich nicht. Der kommt in Turm rein. Ja. Ne. Aber wir haben schon mal einen gekriegt hier. Ja. Wir sind voll gut. Aber wer spielt denn nicht mit? Bewegen sich doch fünf Leute, oder? Der Map. Den einen konnte ich eben kurz lenken. Weiß nicht, ob der mittlerweile wieder da ist. Vielleicht war er nur disconnected. Aber du meinst nicht den, den hier Kurier. Oh, vielleicht war's auch der Kurier. Der ist irgendwie so ein komischer Zombie-Kurier. Ah, okay. Ja, ne, dann war's vielleicht tatsächlich der Kurier dann. Dann sind die alle cool und ich war nur dumm und unwissend. Ja. Stopp! Stopp! Nein! Wir kommen nicht so weit. Ja. Und der heilt sich ganz schön hier. Ja. Na, das muss ich auch mal machen. Heilen und so. Der heilt vor allem auch die Mini-Zitronen stehen. Mega nervig. Keine schlechte Fähigkeiten. Nö. Also für ihn jetzt. Für uns dann schon. Wow. Daher zu gewöhnen, dass er immer den nächsten angreift, muss ich auch noch machen. Mhm. Wollen wir essen. Bei LOL greift er ja erst alle Minions. Ja. Es sei denn, du greifst einen Helden an. Naja. Irgendwie so. Naja. Also als Nahkämpfer ist es halt, dass du echt ganz, ganz gut gewusst wird sein, damit du überhaupt irgendwas gegen Türme ausrichten kannst. Ja. Vor allem weil du dann immer angegriffen wirst und sobald das Minions gerade angegriffen wird stirbt. Oh. Ich hab keine Mana mehr. Ich auch nicht. Das wollte sich vielleicht auch mal irgendwie ändern. 2-on-1. Aber noch einen Mana-Trank auch. Ist auch blöd, dass man dabei den Tränken keine Schaden mehr nehmen kann, sonst hören die auf irgendwie zu funktionieren. Bei Tränken auch, ja? Ich dachte das wäre nur bei diesen Splattern und so. Ne, ich dachte das wäre auch bei Tränken so. Hm. Ähm. Grapp. Deswegen halte ich mich jetzt erstmal mit Kämpfen ein bisschen im Hintergrund. Und die Erfahrungskunde. Als würde ich erklären, warum ich vorhin keinen Mana bekommen habe, obwohl ich einen Mana-Trank geweiert muss. Das ist mir nicht so viel. Der Mana lädt gerade konsequent auf bis zum Ende, weil ich kämpfe jetzt gerade nicht mit Scherzen daneben. Ja. Oh. Oh. Oh, kurz los. Au, 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 au. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ähm. Guckst du da irgendwie raus? Ich, 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 ich glaube ich kann den sogar hier abfangen. Bin wieder da. Oh, mal drauf. Ah, ich dachte er läuft so um die Ecke. Aufhauen habe ich gesagt. Nicht daneben. Ah. Nein. Er hat mich gestunnt. Und der hätte ich auch nochmal gestunnt. Das ist voll komisch. Das ist voll komisch. Ach, das ist der Dragon Knight und seine Ulti. Ach, Gemeinheit. Na toll, jetzt sind sie beide weg oder was? Das geht ja gar nicht. Das ist echt mies, ne? Das war blöd, ja. Hm. Oh, toll. Sehr schön. Oh, wenn wir da sind. Will er mich jetzt noch schnell? Ach, die. Lina spielt noch mit. Ah. Ah. Nein. Flieg doch. Lauf. Oh Gott. Oh, ich hätte ja noch... Oh, ich hätte mich ja auch damit heilen können. Nicht halt. Wobei. Ich glaube, jetzt lohnt es sich schon fast nochmal nach Hause zu latschen. Ich kann noch Sachen kaufen. So. Jetzt. Okay, irgendwie muss ich jetzt glaube ich den oberen Turm übernehmen, weil sonst haben wir den gleich nicht mehr. Oh, okay. Habe ich so das Gefühl, weil da ist gerade niemand die ganze Zeit. Willst du mal da nach oben gehen, soll ich unten? Ja. Ich bin auf dem Weg nach oben. Warum ist denn da unten jetzt der andere? Der ist gerade runtergelatscht, der Held. Keine Ahnung. Vielleicht haben die irgendwie geteilt oder so. Äh, getauscht. Getauscht? Keine Ahnung. In der Mitte sind drei Gegner. Ach du Scheibenkleister. Ja, dann sollte ich mal da hingehen. Ja, bin auch auf dem Weg. Oh Gott, aber ich glaube, das wird auch mit mir nix mehr. Ich glaube, ich werde kämpfen würden. Oh, 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 das war nicht schlau. Ja, die brennen, sprechen da jetzt gerade ordentlich durch, ne? Die sind ja sauber. Ähm, ne. Oh. Ne. Ist denn irgendwie egal, meine Ulti. Die kämpfen da trotzdem drin und derben nicht. Sind die so viel besser als wir schon? Eigentlich nicht. Es steht zwölf, zwölf. Wann, habt ihr zwölf, zwölf für uns? Ne. Oh Gott. Ja, wir haben ordentlich gefeedet. Ich bin ja selber schon dreimal gestorben. Du darfst ja gar nix sagen. Ja, der Tiny ist fünfmal gestorben. Die Lina genau einmal in der AFK gegangen. Ich zweimal, du dreimal. Und der, ja, der Tiny ist ja so ein bisschen, glaube ich, der das macht. Hm. Eieieiei, das wird wohl nicht so einfach zu schaffen sein. Ne. Oh Mann. Und einen der stärksten Helden spielt sicher mit. Die Lina. Das ist irgendwie nicht so schön. Ja, blöd. Ich habe das Gefühl, manche steigen dann aus, wenn sie das Gefühl haben, sie spielen nur mit Noobs zusammen. Aber ich meine... Jetzt ist sie wieder da? Achso, sie wird irgendwie gesteuert, ne, die Lina. Ja, wird nur gesteuert. Blöde. Boah, ey, jetzt kommen sie wieder in der Mitte. Was erwartet man denn, wenn man in Koop spielt? Da werden doch schon nicht die Pros unterwegs sein, logisch. Ja, vor allen Dingen nicht in unserer Level-Klasse, ne? Ja, also... Verstehe ich nicht, warum man dann sich wundert, dass man mit Noobs spielt, sozusagen. Oh. 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 Ich hab jetzt gerade nur einen Assistant bekommen. Ich hab gesagt, ich hab den gekillt. Warum? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist nicht sinnvoll für Tiny, sich Arcane-Woods zu kaufen. Der geht irgendwie auf Zauberverstärkung. Ich hab keine Ahnung. Ich nehm auch meistens die empfohlenen Items. Aber ich zweifle, dass die empfohlen sind, ehrlich gesagt. Aber es ist eigentlich doch kein... Wenn man keinen Plan hat, sollte es doch nicht so schlimm sein, dann eben den empfohlenen Kram zu nehmen, oder? Nö, solltest du eigentlich auch nicht, aber ich glaube, der spielt falsch, ehrlich gesagt. Plus Intelligenz, plus Stärkung, plus Security. Oh oh. Okay, also ich darf aber auch, ich darf nicht über die anderen meckern. Ich spiel gerade so eine Grütze zusammen. Also ich hatte bis jetzt das Gefühl, ich habe mich ganz gut geschlagen. So auf meine Aoe-Kombo. Hat gerade eigentlich ganz gut gesessen, aber trotzdem haben wir irgendwie verloren. Also du hast immerhin zwei... Du hast... Bei dir ist quasi, wenn du die Assistance mitzählst, hast du fünf positive Sachen und drei mal, wo du zu getötet hast. Und bei mir ist es 4 zu 5. Also du bist da schon... Ich will sie besser. Bei der Tiny ist jetzt auch nicht so eine Katastrophe. Dann macht halt Luca kein Sagen. Dann ist ja schon Level 11, ne? Ich möchte Level 8 und ich bin Level 7. Ja, okay. Vielleicht ist es doch nicht so eine Katastrophe. Hast du wohl recht. Hm. Ach nein. Festhalten und silence und alles auf einmal. Das ist ungefähr. Wir gehen aber auch alle auf einen. Ist einfach tot. Wir müssen uns irgendwie absprechen, dass wir da gleichzeitig ankommen. Ja, ich dachte irgendwie, das wäre ein Gegner, der so teleportiert. War ein richtig schöner Nut-Fehler, würde ich sagen. Hm. Also zumindest, was ich gerade gemacht habe. Oh Mann. Die hängen jetzt halt auch zu dritt da rum. Ich kann da gar nicht alleine was mitmachen. Ja. Du musst da weggehen. Die können dich... Ja, 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 ja. Ich bin schon tot. Shit, ey. Nee, so wird es nix. Au, 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 au. Strette uns mal alle. Mach. Ich habe sie alle fast tot gemacht. Aber halt so fast. Hm. Ja, vielleicht kriege ich noch einen Assist, wenn ich da raus. Meine Güte. Da kann ich noch zwei Assist. Ja, okay, jetzt. Keine Wolves jetzt. Jawohl. Hat das für Assist, wenn wir gezählt? Jupp. Hat gezählt. Ah, ich kann die Duration hochmachen. Das ist natürlich sinnvoll, wenn ich das mal tun soll, zu meinem Stun. So, das ist natürlich wie 20 Gold mehr als vorher. Naja. Der Kingish Ranger ist auch super stark schon. 6, 2. 8, 1 auf Bain. Na, geil. Oh, oh. Bottom Tower. Ich muss schmallen. Äh, du musst aufpassen. Da ist einer neben dir, der stark ist. Ah, shit. Ich hätte ihn den einen können. Das ist so hart, wenn die einem die Fähigkeiten blockieren. Ich mut' mir, ich hab's noch getroffen, aber unten ist es trotzdem geworden. Hm. Voll doof. Da sind aber die Lanes zumindest so ein bisschen gerettet. Aber dafür wird halt top durchgedrückt. Au, 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 nein. Nicht machen. Problem ist halt echt, dass meine Ulti so unglaublich ewig dauert. Oh, mal irgendwas passiert. Wer steuert denn eigentlich die Lieder die ganze Zeit da rein? Die stirbt einfach nur noch. Das bringt doch nichts. Das ist eine gute Frage. Ich jedenfalls nicht. So. Au. Na, wir haben schon verdammt schlechte Karten hier. Ja. 28-10 ist halt nicht so geil. Nee. Eieiei. Meinst du, wir kriegen schon den Drachentyp da? Ähm. Wahrscheinlich auch nicht zu zweit, ne? Nee. Ich glaub, wir haben keinen Schaden dafür. Dann kommen wir nicht schnell genug tot. Hm. Radiant Strukturen sind fortified. Vielleicht soll ich ne Town for the Scrum mitnehmen. Das Spiel sagt mir das zumindest. Ja, ich hab auch meistens einen dabei. Ja, jetzt haben wir sich eher Roshan geholt. Gegner. Sprich, irgendjemand ist noch unverwundlich. Unsterblich jetzt. Toll. Zumindest einmal. So, ich geh jetzt mal... Oh Gott, bottom kommen sie gerade allen. Alle. Ich glaub, das ist ne schlechte Idee. Typ wieder zurück. Wie kann ich in dem Achtung signalisieren? Äh, alt und dann kriegt ihn links. Oh, er läuft einfach an ihm vorbei. Hm, auch schlau. Ist unsichtbar. Tiny Bounty Room, okay. Äh, du bist wieder alleine dritt, ne? Ja, ich wollte auch nicht festgehalten werden. Der Unsichtbare neben dir hat ja viel gemacht. Okay, mit dem mag ich aber auch nicht zusammenspielen. Da macht er gar nichts fürs Team. Der kommt da halt unsichtbar rum und kriegt seine Erfahrungspunkte dadurch. Yay. Warte, jetzt wird's abvieren. Oh, den kriegt er. Sehr schön. Und die unten auch. Hier. Ich hab was wirklich besucht, aber irgendwie der Typ, der da unsichtbar macht, der macht ja gar nichts. Also, gar nichts von gar nichts. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und der Ranger macht mich halt gnadenlos kaputt. Also, ich hab nicht das Gefühl, dass irgendwas passiert ist, der da neben dir stand und dir hätte helfen können, vielleicht. Welche Spiel hat er auch schon fremdgesteuert? Na, das wär dann richtig doof. Versucht einer hier, drei Leute gleichzeitig zu spielen, oder was? Ich darf auf gar keinen Fall mehr kämpfen, wo Gegner sind. Ich komm und sterb. Das läuft so nicht. Ich werd mal versuchen zu junglen. Kannst du versuchen, musst doch wahrscheinlich trotzdem vorsichtig sein. Ich kann die Lina jedenfalls nicht steuern. Okay, dann spielt die Lina wirklich noch mit, so halb. Offensichtlich, ja. Ja, aber spielt er wirklich nur halb mit. Hm. Ich spare mir jetzt mal Kommentare, wie das aussieht. Wie gesagt, ich darf gar nicht meckern. Also, ich spiele momentan, ich spiele echt nicht gut. Du darfst wahrscheinlich noch eher meckern, als ich. Ich stehe inzwischen auch auf 4, 7, 6, also. Naja, ich stehe auf 0, 8. Yay. Na gut, 5, 5 Support. Immerhin. Können schlimmer sein, ne? Unser Tiny hat inzwischen die meisten Kills mit 5. Hm. Sagt doch, so schlecht ist der gar nicht. Der hat gesilenced. Der hat gesilenced. Hm. Kannst halt nichts tun, weil du wie 3 Minuten lang gesilenced bist. Und jetzt machen der... Es können aber auch irgendwie 2 von denen, ne? Ja, ich glaube. Und einer kann noch festhalten. Das ist richtig schrecklich. Das ist eine miese Kombi. Problem ist halt, wir spielen ja noch nicht wirklich in einem Team zusammen, ne? Also im Sinne von, alle 5 suchen sich Sachen raus, die irgendwie allen was nützen, ne? Du meinst die Gegner oder wir jetzt? Wir. Aber was die Lina macht, verstehe ich immer noch nicht. Fällt uns mal Gegner an, dann bleibst du stehen. Ähm, wir sollten uns vielleicht mal so ein bisschen hier um... Nö, macht's halt nicht. Ich glaub, die sagt, das ist eh vorbei. Und das sieht auch so nach aus. Ah, jetzt geht's hier rein, wo ich dann sterbe. Schlau. Rette uns alle. Nee, kann er nix retten. Kann nur noch ein bisschen Gegner ärgern. Einen Ausbruch versuchen. Das klingt irgendwie. Ich hab das Gefühl, dass er so stark ist mit Kling's. Kann ich hier nur noch was kaufen? Dann brauch ich noch 1000. Äh, brauch ich noch 50. Nicht trauen. Wie schnell die auch wieder weg ist. Ätzend. Die Ranger-Frauen kann es einfach wieder unsichtbar machen. Das ist krass. Ich glaube, ich bin irgendwie gerade an der falschen Stadt dahin gelaufen. Das war dumm. Ich weiß nicht, dass er wieder hochkommt. Ich weiß nicht, Oh, wieso bin ich denn da hingeflogen? Ach, der Tye nämlich geworfen. Na gut. Ich guck, ich push gerade ein bisschen mittel, aber ich glaube, da sollte ich bald wieder aufbauen, ja. Ich darf echt nicht, ich darf mich nicht gegen, gegen, äh, Gegner halten, so gegen die Helden. Hm. Dann hab ich gelust. Ich glaube, ich hab gerade zwei oder drei Kills gemacht. Oh, nicht schlecht. Doch nicht. Haben wir uns geteilt. Zwei Kills, die Tiny, ein und ich ein. Hab ich aber 3000 Gold dadurch. Krass. Jawohl, ich hab nen Turm kaputt gekriegt. Oh, aber jetzt sterbe ich. Der ist nicht gut. Okay, noch, noch lebe ich. Jetzt bin ich tot. Aber erstaunlich lang noch gelebt. So. Rechreit a secret shop, require a secret shop. 16 zu 42, das wird natürlich witzig, da irgendwie noch was zu reißen. Äh, ich bezweifle das irgendwie. Ja, unser, unser Tiny ist der Einzige, der irgendwie ansatzweise mit denen mithalten kann gerade. Wir haben noch überlegt, ein bisschen unfair Bots nehmen, ne? Wartet zumindest, bis ich noch mit klären zu können. Ihr Gegner. Ja, unser Tiny ist eine Killing Spree. Langsam kommen wir doch zurück, würde ich behaupten. Sehr schön. aber jetzt haben wir aber oben das Problem. Ja, ja, ich komme nach oben. Klings kommt ja auch. Da kam die Lumi da und da ging sie auch schiefen. Kann da gar nicht viel tun. Ich bin noch tot gegen den, ja. Ich versuche das alles mit der Ulti, aber die braucht so lange, bis er die aktiviert hat. Da bin ich bis dahin schon wieder gestunnt oder mundtot oder keine Ahnung was. Ich glaube, ich habe auch kein einziges Mal meine Ulti gemacht, mit dem Spiel. Ich muss mir diesen einen Gegenstand holen, wo ich mich vorher eingreifen kann. Ich würde behaupten, die Lina ist ein Gott. Ich kann ja auch Q zusammen mit R verwenden. Das müsste ich eigentlich mal machen. Dann müsste es gehen. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal gemacht. Okay, hier. Mit dem Klings. So, wie lange brauche ich noch zum Wiederkommen? Ähm. Oh, 10. 5, 12, 12. Yay, ich habe meine Ulti. Die macht ja ganz schön Aua. Ja, macht sie. Das Problem ist, dass sie halt einfach sich da 5 Sekunden lang irgendwie mich nicht bewegen, sonst wird sie nicht aktiviert. Okay. Und 5 Sekunden sterbe ich halt in der Regel momentan die ganze Zeit. Ja, es ist natürlich nicht so viel. Nee. Wie gesagt, wenn sie dann funktioniert, funktioniert es halt richtig, ne? Kein Geld mehr für irgend so was. Sprich, du musst eigentlich irgendwo am Rand stehen oder am besten irgendwie noch nicht sichtbar sein. Und dann... Ja, entweder das oder was ich halt gerade eben gemacht habe, ist, dass ich dann mit... Ich habe noch so eine Attacke, wo ich mich eingrabe und dann komme ich raus und dann stunne ich den Gegner. Das funktioniert bei 1. Und dann ist es ziemlich gut. Weil dann können die halt ein paar Sekunden lang wirklich angreifen. Bis dahin habe ich dann die Ulti schon wieder klar, ne? Das geht aber nicht, wenn halt so ein Haufen an Gegner da sind. Dann habe ich ein Problem. Der hat mit dem Hilfe. Ne, ich glaube, wir kriegen mal hin. Auf mich. Unser Tiny... Doch, Tiny. Der ist riesig. Der ist nicht mehr so tiny, wie man denkt. Wir werden vermuten würde. Ähm, okay. Ähm, du brauchst, glaube ich, hier, oder? Kommt zu uns, kommt zu uns, kommt zu mir. Das war jetzt echt Rettung in letzter Sekunde, so. Oh, shit, jetzt bräuchte ich einen Hornport. Ich muss nämlich nach oben. Warte, kann ich überhaupt nichts ausrichten. Oh, wieder welche kaufen. Was ist denn das mit dem Eingraben? Oh, 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 oh. Ich bin so langsam. Ich habe halt keinen Schaden, wenn ich einfach nur angreife, ganz normal. Das ist halt richtig wow, übel. Oh, ich könnte mich ja unsichtbar machen. Mit einem Klima-Cape. Die Lina steht immer noch hier irgendwie ab und zu mal rum. Ich habe immer noch den Eindruck, dass es ein Bot ist, wenn er wieder mitspielt. Für items. Hm. Oh, wir haben gar kein Chorier mehr. Das ist natürlich schlecht. Und oben schon habe ich den Tod geschickt. Bei mir clickert es die ganze Zeit. Klickert es? Ja, so viel Gold. Ich glaube, meine Ulti hat zwei Wellen an Minions getötet. Deswegen hat es später nochmal geklickert. Warum läuft er nicht? Ich habe ihn auf der Minikarte zum Heilen geschickt und er läuft nicht hin. So, 49, 23. Aha. Läuft. Wir holen doch schon auf. Schickt uns Tiny die ganze Zeit die Hinweise, worauf wir achten sollen. Glaube. Der war zumindest immer vorne dran, vorhin. Nein! Renn doch! Renn doch! Jetzt habe ich mir diesen Unsichtbarkeitsmantel gekauft und benutze den nicht, ich hält. Oh, toll. Irgendjemand muss sich jetzt hier um unten mal kümmern. Oh, so viel zum Thema. Wir holen auf. Wenn ich in 30 Sekunden da bin, ist alles kaputt, wenn jemand was macht. Ja, komm, tötet den. Nee, komm ich nicht ran. Oh, verzielt. Wenn das jetzt getroffen hätte, das wäre es perfekt. Oh, oh. Ähm, Tiny ist tot. Okay. Okay. Wenn Tiny tot ist, haben wir ja eh verkackt. Ja, ich glaube auch. Ich bin da ganz optimistisch. Ich muss jetzt mal zum Secret Shop, weil ich brauche Items. Ich habe fast 4000 Gold. Das würde ich jetzt später nehmen sollen. Okay. Okay, nee, das wird nichts. Also ich kann hier nichts machen. Wenn ich an Bund tot gemacht werde, kann ich auch meine Ulti nicht machen. Also irgendwie. Ja. Gerade ist der voll Unwitz. Das ist durch, ja. Das ging irgendwie zu früh nach hinten draus. Und Yelena hat die ganze Zeit nicht mitgespielt. Dagegen endet das ein bisschen. Und der Unsichtbarkeit-Typ hat auch nicht mitgespielt. Na ja, gut. Ich würde sagen, nächstes Mal rocken wir es wieder, oder? Ja, ist halt schade. Aber danke fürs Zuschauen. Schaut bei Lumina vorbei, wenn ihr es nicht schon getan habt. War halt, ja, schwer. Ja, aber kann ja nicht immer so gut sein wie letztes Mal, ne? Ja, aber nächstes Mal kriegen wir das schon hin, denke ich. Also, schön, dass ihr zugeschaut habt. Und bis bald. Bis zum nächsten Mal.